Hallo und herzlich Willkommen zurück beim HWS-Spiel. Was? 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 Tobi, was? Hä? Was? Was? Tobi, was? Hä? Ich hab gesagt, geiles Spiel, ich freu mich. Achso, ja, achso. Hä? Tobi hat den Raum verlassen, Tobi hat den Raum betreten. Was ist denn mit dem Mann? Ich hab X gedrückt, weil ich das Fenster zu machen wollte, Mann. Er � Birds! Ich dachte ich wollt grad loslegen, so weißt du, aber das ist ja... Ja, arbeit mit Profis einfach. Demensieren. Das stimmt, das stimmt. Wir haben letztens von McDonalds alte Werbung gekackt, äh gekackt, gekockt, gekocht? Nein, Entschuldigung, wir haben alte Werbungen. Ich habe alte Werbungen gekackt. Ich habe alte Werbungen geguckt. Und da war dieses Lied, das damals im Original Robin Beck hieß, glaube ich, gesungen hat. Dieses Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo. Da schenkt man dir ein Mälchen und so. Nein, und so. Und dann einfach gut. Und dann habe ich da Bock auf den Burger gehabt. Das war alles gut in der Werbung. Aber nervige Kinder, wie war das denn? Knackig? Ja, nee, mit diesem Fruchtjoghurt, die immer so geschrien hat. Die will noch mehr, Baby. Das ist so lecker. Diese komische Kleine. Ja, Frub, genau. Frub. Und das sollte dann wohl irgendwie süß sein, aber es war einfach nur furchtbar. Die lassen Schub fallen, aber die gehören ja wahrscheinlich jemandem. Die lassen die nicht einfach nur Schub fallen. Das könnte sein, ja, das weiß ich nicht. Zudem gibt es natürlich auch verschiedene Spielmodi. Also wir spielen jetzt erstmal den Standard, um einfach zu gucken, wie das so ist. Ob das jetzt überhaupt so Spaß macht zu viert. Ich kann sagen, dass wir das mit der Community mal gespielt haben. Das war mega lustig. Weil vor allem, es gibt halt auch einen Spielmodus. Der geht halt irgendwie, der heißt halt irgendwie erster Spieler oder so. Und da gewinnt halt derjenige, der zuerst diesen Raum mit der Plattform findet. Und die anderen sterben dann einfach. Ach, ich höre auf zu erklären. Ich sag gar nichts. Das hört auch nicht mehr auf, ne? Also die Falle bleibt ausgelöst. Nee, du kommst da nicht mehr rein. Du kommst da nicht mehr rein. Also ich probiere mal. Ja, wow. Was? Eine Minute noch? Was? Pan hat den Raum gefunden. Welchen Raum denn? Hier, komm. Ach, hier oben. Der Lösungsraum. Das heißt, wir haben alle gewonnen außer Tobi? Ja, weil Tobi ist halt tot. Der kommt direkt nochmal. Ey, Tobi, GG, Alter. Halt's Maul. Du kannst denen seine Kettensäge abnehmen. Wie? Du musst zu dem hinlaufen. Der geht mir den nicht klar. Okay, Pan ist in dem Raum gewesen. Curry, bist du gelogen? Hast du gelogen, Curry? Oh, nein, was? Ich bin auch tot. Hier ist ein riesiger Ventilator losgegangen. Oh, krass. Alter, Curry hat sowas von gelogen. Guck mal, wie der lacht, Alter. Wie der lacht. Okay, ich mach das nicht mehr. Das war... Was für drückend. Let's go, ich renne hier einfach rein. Können wir machen. Hä, Tobi? Ich renne hier auch einfach rein. Äh, warte, warte, Hilfe. Hilfe, ich brenne, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Ey, Erik. Erik, hilf mir. Hilf mir schnell. Bitte, bitte, Erik. Bitte, hilf mir. Alter, Alter. Oh, was? Alter, Alter. Oh Gott, hier liegt jetzt I. Oh, was? Jetzt leb ich nicht mehr. Wuuu. Oh Gott, oh Gott. Die Turbine, Vorsicht, Erik, Vorsicht. Du musst doch wegrennen. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Lauf gegen die Wand. Ich hab keinen Schuh mehr. Tja, der Erik, der hat jetzt... Ja, jemand kannst du, glaub ich, nicht mehr wegrennen. Oh. Hat mich aber aus den Schuhen gerissen, gerade. Äh, äh. Geil. Geh dir mal um... Oh Gott, Alter. Beste Leben, Alter. Du bist echt ein cooler Typ. Oh Gott. Oh Gott. Boah, Alter. Ja, Freunde. Wir sind wieder zurück bei einer neuen Runde Half Dead. Und, äh, heute testen wir den Modus mit dem Namen Ein Sieger. Den Modus, den wir schon in der letzten Folge angesprochen hatten. Ist das dein Ernst, Alter? Der halt... Der halt immer abwartet, ne? Dieser kleine, dreckige, Alter. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt diese Plattform finde, ich werde so auf die drauf springen, Tobi. Mit voller Freude, ne? Äh, halt. Halt. Kein Schritt näher. Ohne Witz. Hier ist die Plattform bei mir. Die Plattform ist bei mir. Hier liegen Schuhe. Die Plattform ist bei mir, Tobi. Ja, dann lass uns auf Pan noch warten. Ich komme da jetzt zu dir hin. Ich laufe nicht rein. Ich komme jetzt zu dir hin und warte auf Pan, okay? Lass, lass. Geh weg. Geh weg. Du haust jetzt ab. Ich komme da jetzt rein? Nein, 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 Tobi. Du gehst jetzt nicht auf die Plattform, Tobi. Das war der Wahnsinn. Ey. Ich war da eine halbe Stunde in diesem Farkacken rauf und nehme ich verarschen, Alter. Ich bin super lang. Ich bin super lang gewesen. Ich mache sowas doch regulär nie. Ja, aber ich wusste auch. Du weckst mich doch am Arsch, Alter. Curry, komm, du hast mich auch heute verarscht hier beim Spiel. Ja, Pan, du bist jetzt so was von verrecken, wenn ich dich in den Raum finde, ne? Warte, Pan, tu es nicht. Warte, Pan. Warum? Pan, Arschloch. Pan, Arschloch. Pan, Arschloch. Hasse Pan. Ey, du hättest das, ihr hättet euch voll cool versöhnen können. Und in den letzten Momenten hättest du das verkaufen können. Ne, will ich gar nicht. Ich habe gar kein Interesse daran. Das sind hier alle Feinde. Die Leute wollen sehen, wie wir uns kloppen. Ich habe gar kein Interesse daran, mit dieser Haarpie. Mit dieser Haarpie aus dem Obergeschoss zu versöhnen. Das ist doch eine Gameshow. Manchmal hat sie runtergeflogen. Und dann fliegt sie wieder hoch. Du Arsch. In ihr Nest. Alter Blob, ey. Boah, du fettes Fettschwein. Fettige Fettsau, du fette Schwein. Du Fetteimer Mayonnaise, Fettboot. Das klappt mit erster Schuss weg. Das müsst ihr nicht verstehen. Nein, das ist ein Insider. Oder? Ja, doch. Äh, was? Oh mein Gott. Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tobi, was denn? Tobi, was denn? Was passiert? Was passiert? Ich dachte, der fliegt mir da her. Man kann es nicht beschreiben. Das ist irgendwie so ein mechanischer... Da ist die Plattform. Nein, da ist die Plattform. Nein, da ist die Plattform noch hoch. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig die Clube, Alter. Ja. Es gibt acht Etagen. Da steht drei von acht. Da steht drei von acht. Ähm, was? Das ist deine Assoziier... Oh nein, du bist... Ja, Tobi, das war's. Hey, Tettys. Oh nein, 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 nein. Die Schädel. Oh, bei mir waren es Tettys. Bei dir sind es Schädel. Du bist schon was von sterben jetzt. Aber das passiert nicht. Oh nein. Oh, oh. Du bist einfach zerrückt. Kannst du da drauf springen? Warte mal. Irgendwas Schlimmeres passiert doch jetzt. Nein, ich bin da nicht drauf. Oh Gott. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Vorsicht. Hinter dir. Ja. 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 Tobi hat's. Was? Tobi hat's. Tobi hat die Plattform gefunden. Waaaaa. Alter, Tobi, du bist so krass. Tobi, Alter. Tobi's Game, ne? Oh, was ist das denn? Alter, was machst du da überhaupt? Ähm, ich sag Tobi, ruhig. Okay, diese komischen Affenarme. Erstmal analysieren. Die kommen nicht in die Ecke, oder? Oh fuck, da ist ja rot. Ich hab PANNUS, ich hab PANNUS. Ja? Oh. Curry? 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 Ich wollte auf deine Kack-Plattform springen und du hast mir einfach geblockt. Ja, aber ich kann jetzt dafür. Es stand, dass der einfach nur zu mir leid, Curry. Ich sterbe einfach die ganze Zeit als erster sofort. Das ist so richtig. Sie hat mich in den Tod geschubst, Leute. Sie hat mich in den Tod geschubst. Ich hab da nur, ich hab nur existiert. HAH! PANNUS! Siehst du, sie tut schon weder. Sie tut schon weder. Okay. Okay, spring zuerst, spring zuerst. HAAAHHH! Geht da weg! Geht da weg! Was?! 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 Ich schick gar nicht! Alle drei, Alter! WUAH! Ja gut. Tobi, man muss doch immer irgendwelche Türen aufmachen, Alter. Welche Tür? Wo? Achso, ja. Ich hoffe, der Mausfall stört nicht. Aber wir müssen jetzt hier rein. Alles gut. Ja! Da ist es! Wuuuh! Super! Ja, sehr gut, sehr gut! Ja, was ist los hier? Für ne kurze Runde am Schluss? Bop, 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 bop. Ich glaube, das sind die Kampfanimationen, oder? Wenn die sich so gegenseitig die Fresse hauen gleich. Ich weiß nicht. Irgendwie schräg. Bei Curry ist das die gleiche Tänischen wie bei PUBG? Könnte sein, ne? Da hab ich gemerkt, wie scheiße das da ist. Heute hab ich leider kein Foto für dich. Okay, ich sollte darüber nicht lachen, weil ich hab auch ne schreckliche Lache. Oh. Ja. Da sind ein Loch. Schlagen. Schlagen. Nüsse. Da haut der Tobi doch wieder sein Penis auf den Tisch. Also, wir hatten hier vor der Aufnahme, hab ich Dinge gehört, die will ich nicht noch mal hören. Warte mal. Oh. Heilige Maria Gottes. Kann ich nicht lachen. Ich weiß ja Bescheid, Tobi. Über deine exotische Krankheit. Du bist halt was Besonderes. Entschuldigung, dass du's heute so ausart. Wächst da eigentlich auch Moos drauf, Tobi? Bei ihm! Kannst du ja mal nachgucken, Curry. Wenn der Tobi Pornos guckt, dann braucht er drei Bluttransfusionen. Ich fall einfach ins Koba, wenn das wirklich für mich... Der Kopf fällt so zusammen wie so ein Schwamm, Alter. Oh, hallo. Aber echt cooles Spiel. Immer noch. Also, auch der zweite Teil. Der dritte Teil der Moos kommt auch. Ich dachte, du willst was Carnage ist. Ne? Das ist Carnage. Das wissen wir Carnage, ne? Ja, werden wir es gleich erfahren. Tobi, er sagt... Es tut mir echt leid, jetzt lassen wir die Folge beenden. Tschüss. Ja, tschüss Tobi, es reicht doch jetzt auch mal. Ja, tschüss. Achtung, jetzt kommt der Erik noch mit seinem Verabschiedungstext. So, das war's mal wieder von der heutigen Havisgut-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut, auch im privaten Bereich, ja? Lasst alle fünfe gerade sein. Kopf hoch, ja? Nicht ärgern lassen. Seht zu, dass er gut durch die Woche kommt. Wir sind für euch da, wenn man was isst. Übermorgen die nächste Folge nicht vergessen, ja? Abonnieren, favorisieren, Däumchen während Träumchen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Havisgut. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss. Tschüss.